Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Mein Name ist Luis und mein Kanal heißt Luis Zockt und wir öffnen wieder meine Rewards. Wir gehen direkt rein, 8 Packs, wie immer und Walkout, die leider gar nichts mehr wert sind. Salah, 90er, den kann ich auf jeden Fall in die Icon-SBC tun. Geil, 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 das nennt man Packlack. Geil, der hat auch echt gute Werte. Schaut gerne in die Videobeschreibung, falls ihr mehr Reward-Videos oder etwa 100k oder einfach mehr FIFA 21 oder mal mein Discord-Server beitreten wollt oder mein Instagram mal abchecken wollt. Ist alles in der Beschreibung verlinkt. Genauso gut könnt ihr bitte ein Like da lassen, den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, um kein Video mehr zu verpassen. Jo, den habe ich gestern in der SBC abgegeben. Oder auch nicht, anscheinend doch nicht. Habe ich dann wieder rausgetan anscheinend. Nächstes Pack, los geht's. Kein Walkout, kein Innenform, geht nicht durch. Kranio oder Krakno, keine Ahnung. Weiß ich jetzt nicht. Habe ich auch schon, wusste ich nicht. Kenne ich nicht den Typen. Freut ihr euch schon auf die Tots? Darüber könnt ihr gern mal in den Kommentaren diskutieren. Was glaubt ihr, wir werden die Tots dieses Jahr... Was glaubt ihr, wer bekommt eine Tots? Insgesamt, was ihr zu den Tots glaubt. Oder insgesamt zu den nächsten FIFA-Sachen. Insgesamt irgendwas zu FIFA. Kein Walkout. Ich glaube, diesmal geht er durch. Ja, Brasilien. The Damn. Arthur, nee. Anderson, Talisca, Paulinho, okay. Ja, Talisca ist Z-O-M, ne. Macht keinen großen Unterschied bei der 83er. Nächstes seltene Spieler-Pick. Also, falls ich das Icon... Walkout! Falls ich das Icon-Pack mache... Okay, Lorna war es schon wieder. Egal, Icon-Pack, Icon-Pack. Äh, falls ich das Icon-Pack mache, wird es dazu auf jeden Fall ein Video geben. Ich glaub, ich mach das. Und ihr werdet's dann auf jeden Fall mitbekommen. Ich brauch halt nur ein paar mehr In-Forms noch. Also, In-Forms hab ich eigentlich genug. Ja, eigentlich brauch ich nur ein paar Spieler noch. Kein Walkout, kein In-Form. Geht nicht durch. Wovon hab ich schon? Hab ich in ne... Hab ich in ne SBC, die ich noch nicht abgegeben hab. Deshalb, muss der jetzt erst einmal weichen. Und das letzte Pack. Mega-Pack. Kein Walkout. Kein In-Form. Geht nicht durch. Perfekt. Aber Salah und... Also, das ist eins der besten Rewards-Videos auf meinem Kanal auf jeden Fall. Von der Ausbeute her. Salah, Navas. Also, schon zwei kranke Walkouts, die ich auf jeden Fall abgeben werde. Weil, ich habe das schwerste Team vom Icon-Pack schon gemacht. Und dann kriegt man ja auch noch Packs dadurch. Und aus denen zieht man vielleicht auch noch was. Also, ich kann euch mal kurz einen kleinen Einblick gewähren ins Icon-Pack. Da ist es. Hier das 86er-Team. Hab ich schon fertig, könnte ich genauso abgeben. Fertig. Punkt. Dann, ich weiß gar nicht, ob ich hier einen retten kann. Kann ich mal ausprobieren. Ich weiß gar nicht, wen ich retten will. Habe ich einen 88er drin? Ja, Ronaldo könnte ich retten vielleicht, ne? Das wäre sehr praktisch mit Salah. Ronaldo habe ich aus dem 81-Plus-Spielerwahl-Item ge... Ja, kann ich machen. Nur, dann fehlt mir ein bisschen viel Chemie. Der hat halt schon echt alles oben gehalten. Der Jude Cristiano. So, ein bisschen umstellen. Das auf gar keinen Fall. So, damit hätten wir es wieder. Und dann haben wir Cristiano für immer und ewig im Verein. Hier fehlt mir noch ein bisschen Chemie. Würde da jemand helfen, den ich gerade gezogen habe? Ähm... Ja, theoretisch ein Navas mit. Sto vs. Waiting habe ich schon. Das heißt, ja, statt Chiellini Navas rein. Naja. Werde ich dann nach dem Video alleine machen. Ihr müsst euch jetzt damit nicht rumschlagen. Jo, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis dahin. Haut rein. Ciao. Ciao.